Okay, willkommen zurück zu Dart & Flutter und heute natürlich mit der Auflösung, was eigentlich genau dieser Code hier tut. Wir haben ja hier schon gesehen, wir haben eine App, die im Endeffekt hier oben stehen hat, Flutter Demo Homepage. Dann haben wir hier dieses normale Menü, das ist jetzt nicht wirklich was Spezielles, das ist auch nicht von unserer App, das ist einfach das ganz normale Android. Wir haben die Zurück-Taste und so weiter, auch nichts Besonderes, aber wir haben einen Button, den wir klicken können und dann haben wir hier eine Anzeige. Und das ist quasi die normale Standard-App in Flutter, beziehungsweise in Dart & Flutter und wir wollen mal ganz kurz analysieren, was hier drin ist. Und ich persönlich bin kein Freund von solchen überlangen Kommentaren, denn Kommentare sollten kurz erklären, was das ist und in meinen Augen macht es das hier gerade nicht wirklich lesbarer. Und deswegen lösche ich die mal ganz kurz raus und sage euch einfach selbst, was das eigentlich heißt. So, bevor wir weitermachen, das allererste hier. Also, wie sieht das eigentlich aus? So kann man meiner Meinung nach die Kommentare auch drin stehen lassen. Okay, also zunächst einmal haben wir hier eine Void-Main. Wir müssen ja eigentlich oben anfangen. Die Void-Main ist euer Einstiegspunkt von eurer Flutter-App. Wie bei jedem normalen Code auch. In Python habt ihr das ifName gleich Main. In C oder C++ habt ihr die Int-Main. In Java habt ihr auch die Void-Main. In Kotlin habt ihr auch quasi eine Main. Und ja, das ist quasi euer Einstiegspunkt. Hier fängt der Programm-Code an und im Endeffekt macht ihr nichts anderes als Run-App aufzurufen von einer MyApp. Mit MyApp wird eine neue Klasse instanziiert und ihr seht, ich setze in dieser Reihe auch Programmierfähigkeiten, zumindest rudimentäre Programmierfähigkeiten, voraus. Wenn ihr jetzt noch nicht programmieren könnt, ich kann euch einige Playlisten empfehlen. Einfach mal bei mir vorbeischauen, Kanal und sowas anklicken und dort findet ihr einen Haufen, Haufen Playlisten und Kurse zu ganz normalen Programmieren. Ihr könnt mit allem anfangen. Niemand, der hier anfängt bei dieser Reihe kann Dart programmieren. Das ist auch gar nicht nötig. Man lernt Dart und Flutter quasi in einem. Man sollte aber Dart nicht unbedingt als erste Sprache lernen. So, also MyApp, Klammer, Klammer, instanziiert eine neue Klasse. Das ist im Endeffekt, als würdet ihr eine Variable erstellen, die keinen Namen hat. Und ja, das ist eine Instanz von MyApp und RunApp führt einfach genau diese App aus. So, MyApp, das ist genau diese Klasse hier, die wir gerade instanziiert haben. Ihr seht auch, es ist egal von der Reihenfolge her. Das heißt, MyApp kann oben, also diese Klasse MyApp kann über Main stehen oder unter Main. In dem Fall steht sie unter Main. Das heißt, es ist nicht irgendwie relevant, wo sie deklariert wurde. Und wir haben hier ClassMyApp, das ist das, was wir hier geschrieben haben, extents stateless widget. Stateless widget ist genau eine dieser Klassen für ein Widget, beziehungsweise für eine Android-Klasse. Also genau für das, was wir hier haben wollen. Zu den Widgets werden wir noch sehr, sehr viel mehr machen, weil die Widgets sind quasi die tragenden Elemente. Dann haben wir hier eine AddOverride. Das heißt, das ist eine Funktion, eine, ja, eine Funktion, beziehungsweise eine Methode aus stateless widget, die wir hier überschreiben wollen. Das ist die einzige in MyApp, die man wirklich überschreiben muss. Man kann aber natürlich noch selbstständig irgendwelche Variablen einfügen in MyApp oder eben auch neue Funktionen einfügen oder eben auch Methoden. Und hier sehen wir tatsächlich, es wird alles direkt in ein Return-Statement reingepackt. Und, naja, normalerweise würde ich das jetzt hier separat sehen, aber, ja, Dart ist eben eine mehr oder weniger, teilweise zumindest fast eine deklarative Sprache, wo man einfach die einzelnen Variablen angibt. Und zwar sehen wir hier, wir bauen uns eine Material-App. Also das ist quasi das, was wir hier zurückgeben. Und das ist dann auch im Endeffekt unsere App, die wir hier anzeigen wollen. Material-App, das kommt von dem Framework Material. Ähm, beziehungsweise auch von dem namensgebenden Thema Material oder Material UI. Das ist quasi ein Design-Framework, das, soweit ich weiß, auch Google übernommen hat oder zumindest selbst entworfen hat, eins von beiden. Und, ähm, ja, das ist im Endeffekt damit Dinge schön aussehen. Das kann man durchaus benutzen. Dazu werde ich aber wahrscheinlich auch noch einen separaten Kurs machen oder einige Videos zumindest, weil man das nicht nur für Apps benutzen kann, sondern man kann es auch für Webseiten und so weiter benutzen. Hier sehen wir, der Titel soll natürlich Flutter-Demo sein von unserer Applikation. Und wir wollen als Theme, das heißt, wie das Ganze aussieht, ähm, folgendes benutzen. Und zwar sagen wir, okay, das ist eigentlich Theme-Data. Ähm, und das ist auch wieder eine Klasse, die wir hier instanziiert haben. Also eigentlich programmiertechnisch jetzt nicht gerade der schönste Stil, was hier in der Demo-App gemacht wird. Und zwar Primary Swatch. Ähm, Primary Swatch bedeutet, welche Farbe soll das im Endeffekt haben? Also, welche Farbe von Material sollen eure Buttons haben? Und hier möchte man tatsächlich sagen, die Buttons sollen alle ähnlich aussehen und alle eigentlich dasselbe Layout haben. Und das ist quasi so der Design-Gedanke hinten dran, dass alles sich ähnelt und alles gut, ähm, weiß. Okay, das, ähm, da kümmere ich mich nachher drum. Nein, wir kümmern uns gleich drum. Wenn ihr zu wenig Memory habt, dann könnt ihr hier auf Configure gehen, beziehungsweise unter die Settings. Und wir sehen hier, bei mir ist hier die IDE Max Heapsize auf 1080, äh, 1280 Megabyte. Das ist natürlich viel zu wenig. Wir brauchen hier schon die 4 Gigabyte RAM. Das ist schon sinnvoll. So, äh, wir müssen natürlich, ähm, später restarten, weil ich das gerade nicht möchte, weil ich euch Dinge erklären möchte. Gerade noch kurz und wir führen nichts Neues mehr aus. Okay, die Visual Density. Und ja, ihr braucht ein bisschen Arbeitsspeicher, wenn ihr, ähm, Android programmieren wollt. Also, ähm, sagen wir mal so, 8 Gigabyte solltet ihr schon haben. Gut, die Visual Density, ähm, heißt hier, wir wollen die einzelnen, ähm, Layouts, also das Button Layout, äh, oder halt die Buttons so anordnen, dass es egal, für welches Gerät funktioniert. Das heißt, egal ob Tablet oder Handy, upsala, oder auch andere Dinge. Ähm, das soll bitte für alles funktionieren. Und deswegen haben wir hier Adaptive gesagt. Und wir werden noch die einzelnen Dinge hier kennenlernen. Genauer, keine Sorge. Dann haben wir hier das Home und sagen hier My Homepage. Das ist quasi eure Seite. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine mobile Webseite, die genau diesen Titel haben soll. Flutter, Demo, Homepage. Und das ist natürlich genau das, was wir hier auch sehen. So. Aber Homepage sehen wir hier auch. Ist eigentlich eine eigene Klasse. Und diese Klasse finden wir hier unten drunter. Wir sehen hier nämlich Class My Homepage. Und das ist auch wieder ein State Full Widget. Hier oben State Less Widget. Hier unten State Full Widget. Das heißt, das Ding kann sich Dinge speichern. State bedeutet, also der Zustand bedeutet im Endeffekt, wir speichern uns in dieser Homepage, also in dieser Klasse Homepage auch Informationen ab. Wie eben zum Beispiel die Anzahl, wie oft der Button geklickt wurde. Ihr seht, das wurde in My App nicht gespeichert. Das wurde hier in My Homepage gespeichert. Und so baut man das normalerweise auch auf. Okay. Wie sieht das dann also aus? Naja, My Homepage speichert sich erstmal hier alles in, in genau diesem Konstruktor sozusagen. Und wir sehen hier auch wieder, okay, wir haben einen Final String Title. Das ist genau dieser Title, der uns hier übergeben wird. Und hier sehen wir dann auch, wir bauen uns Zustände auf. Und auf die werden wir natürlich auch noch separat eingehen. Hier will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Ihr seht, ich mache das natürlich nur recht spartanisch jetzt gerade. Wir sehen aber auch, dass wir hier den Zustand sozusagen, einen Create State Zustand gebaut haben. Also quasi eine Funktion Create State. Und diesen Zustand, das ist vom Typ Bodenstrich My Homepage State. Was auch wieder eine eigene Klasse ist, die wir hier hinten instanziieren. Und diese Instanzen hinten dran, naja, die kommen natürlich auch nicht von ungefähr. Das heißt, wir haben hier unten noch eine Klasse, die den Zustand repräsentiert von My Homepage. Und das ist im Endeffekt ein State mit, also eine generische Klasse. Davon erbt sie diese Klasse My Homepage State. Und sie ererbt eben von dieser generischen Klasse State, die als Variablen-Typ die My Homepage bekommt. So, ihr seht, das wird schon ein bisschen komplexer hier. Wir haben hier einen Counter, beziehungsweise Bodenstrich Counter, weil es eine interne Variable ist. Und zwar setzen wir den am Anfang auf 0, ist klar. Und hier sagen wir, okay, wenn wir das Ganze incrementen wollen, das ist quasi die Funktion, die aufgerufen wird, wenn wir hier auf den Button drücken, dann wird der Counter einfach um 1 hochgesetzt. Das heißt, wir sagen hier Set State. Und ja, wir hätten ganz gerne den Counter um 1 höher. Was genau hier passiert, das werden wir uns noch genauer angucken. So, das Widget selber von My Homepage State, das finden wir hier unten. Und das ist ein Scaffold. Zu dem möchte ich jetzt gar nichts genaueres sagen, weil das im Endeffekt, ja, eines der Widgets ist, die, oder ja, doch eigentlich eines der Widgets ist, die man relativ häufig verwendet, würde ich mal behaupten, und ich da ein bisschen genauer drauf eingehen möchte. Wir können hier allerdings sehen, das ist das, was wir tatsächlich eigentlich sehen können. Denn hier wird erst der Title gesetzt. Also hier, man sieht ja den Title direkt. Und in diesem Scaffold sehen wir hier auch, tatsächlich ist dieser Titel vorhanden. Der Widget.title wird hier übergeben als Titel von der AppBar. Das hier oben ist die AppBar. Also das, wo quasi der Titel drinsteht. Ansonsten steht da nichts drin. Im Body hingegen steht natürlich alles andere drin. Das heißt, das große weiße Ding hier ist der Body von unserer App. Und der enthält das Child Column. Und Center bedeutet im Endeffekt nichts weiter. Das ist ein Layout sozusagen. Das heißt, wir sagen hier, okay, mach bitte alles mittig orientiert. Das heißt, die Seiten sind halt frei, wenn wir zu viel Platz haben, wie wir hier auch sehen können. You push the button so many times. Links und rechts haben wir ein bisschen Platz. Und deswegen ist alles mittig. So, und dieses Child Element, was wir hier jetzt drin haben, ist eine Spalte, eine Column von diesem Center Layout. Wie gesagt, wird auch noch im Detail erklärt, wo wir drin finden Main Axis Alignment, wo wir das Ganze quasi alinen wollen. Also, wo es ausgerichtet wird. Naja, natürlich am Zentrum, also in der Mitte. Weil es gibt ja eigentlich nichts anderes, außer genau diesem Button oder diesem You have pushed the button so many times. Und dann kommt diese Anzahl. So, und was steht da jetzt drin in diesem Child? Naja, das ist auch ein Widget. Und zwar mit Text drin, beziehungsweise es sind eigentlich mehrere Widgets. Und zwar mit Text drin. You have pushed the button so many times. Und das zweite Widget, das drin ist, sehen wir hier. Das ist nämlich der Dollar-Bodenstrich-Counter. Und falls ihr euch erinnert, wow, das leckt ein bisschen, okay. Der Bodenstrich-Counter, Achtung, kein Dollar-Bodenstrich-Counter. Das Dollar ist ein Sondersymbol sozusagen. Der Bodenstrich-Counter wird hier auf Null gesetzt, weil wir natürlich am Anfang nicht gedrückt haben. Aber wir wollen natürlich auch ausgeben, wie häufig das Ganze gemacht wurde. Und deswegen sagen wir hier Dollar-Bodenstrich-Counter. Zu dem Dollar, wie gesagt, nochmal separat was. Und als Style sagen wir hier, es soll bitte eine Headline 4 sein. Es gibt verschiedene Headlines. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier auch hergehen und eine Headline 1 reinschreiben. Dann wäre das ganze Ding natürlich deutlich größer. Aber ich kann auch einfach eine Headline 4 haben. Und das ist dann das, warum der hier größer angezeigt wird, der Text. So, jetzt müssen wir aber noch irgendwie den Button reinkriegen. Und deswegen sagen wir hier, wir haben einen Floating Action Button. Und das ist genau dieser Action Button, den ihr in so vielen Apps immer findet. Hier unten einfach ein Button auf der rechten Seite. Der floated, also er fließt quasi so wie Wasser. Erst nach unten, dann nach rechts, könnte man sich so vorstellen. Und wenn man drauf drückt, On pressed, dann soll bitte der Counter erhöht werden. Okay. Das ist quasi die Funktion, die wir hier oben geschrieben haben. Bodenstrich, na komm, Bodenstrich Increment Counter. Das ist diese Funktion, die wir hier gemacht haben, die den Zustand mit dem Counter eben verändert. Und das wiederum verändert dieses Text Widget, das uns den Counter anzeigt. Der Rest bleibt natürlich konstant gleich. So, Tooltip. Tooltip ist etwas, was ihr bekommt, wenn ihr hier drüber fahrt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier über die App drüber fahre und wird mir nicht richtig angezeigt. So, wenn ich lange drauf drücke, dann wird mir hier Increment angezeigt. Das ist quasi meine Hilfe, weil ich nicht genau weiß, oder vielleicht nicht weiß, was dieser Button hier tut. Dann kann ich hier lange drauf drücken und dann kommt da dieser kleine Text. Hey, wenn du da drauf drückst, dann inkrementiert das diesen Counter. und das Child davon ist ein Icon und naja, Icons sind im Endeffekt auch in Material UI enthalten und die enthalten sozusagen verschiedene Icons, wie zum Beispiel Add. Ich kann jetzt hier auch fies sein und kann hier sagen, na komm, boah, okay, es leckt. Ich muss dringend meine IDE neu starten. Aber wenn ich hier, ah, und die Beta ist auch noch verfügbar, vielen lieben Dank, aber brauche ich gerade nicht. Wenn wir hier Steuerung Leertaste drücken, kriegen wir hier übrigens auch verschiedene Vorschläge und wir können hier sehen, was das eigentlich alles ist. Also hier gibt es wirklich, wirklich viel. Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich bleibe für dieses Video hier mal bei dem Add, damit wir hier jetzt nichts irgendwie kaputt machen, weil, ja, mein Arbeitsspeicher scheinbar hier in der IDE definitiv nicht ausreicht. Okay, also ihr seht, dieses Arbeitsspeicher erhöhen ist vielleicht gar nicht so unwichtig, vor allem, wenn man nebenher Videos aufnimmt. Und ja, in dem Fall war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so einen kleinen Rundown von eurer ersten App, die ihr quasi schon hattet, aber trotzdem muss man das auch erstmal verstehen, weil es teilweise doch halt eine etwas andere Sprache ist, als das, was wir vielleicht erwarten würden. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt in diesem Bereich arbeiten, dann kann ich euch nur Get in IT empfehlen. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt hier gehört, aber hier finden tatsächlich die Job-Einsteiger und auch erfahrene Informatiker ihren Job, wenn sie in die IT einsteigen wollen. Deswegen Get in IT. Ihr könnt hier tatsächlich einfach absolut kostenlos euch ein Profil anlegen, also für euch kostenlos, natürlich nicht für die Firmen, die euch dann anwerben. und hier euer Profil ausfüllen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, Mensch, wir haben Dart und Flutter schon mal gemacht, aber wir wollen hier den Skill-Daten nochmal eintragen und wir können das ganz solide auf einer 4. Warum haben wir das schon mal gemacht? Weil ihr das in den App-Trends schon mal vorgestellt bekommen habt. Und ja, das ist tatsächlich der App-Trend gewesen, der euch am meisten fasziniert hat. Deswegen hat sich Get in IT entschieden, mit mir gemeinsam diese Dart- und Flutter-Reihe vorzustellen und dafür bin ich ihnen auch natürlich sehr dankbar. So, und das Tolle dabei ist, wenn ihr jetzt euer Profil komplett angelegt habt, dann müsst nicht ihr euch bei eurer Firma bewerben, wo ihr anfangen wollt, sondern die Firmen bewerben sich quasi bei euch. Das heißt, die sagen, hey, der kann Dart und Flutter, cool, sowas brauchen wir. Und die schreiben euch dann tatsächlich an. Ich habe von so vielen Leuten tatsächlich schon gehört, dass sie tatsächlich mit euch, beziehungsweise mit Firmen schon geschrieben haben. Und ja, das ist tatsächlich über Get in IT schon sehr, sehr häufig der Fall gewesen. Ich glaube, über 80% von den Leuten ihr Profil wirklich komplett ausgefüllt haben. Heute darf ich euch allerdings noch etwas ganz Besonderes vorstellen. Und zwar die Job.io, die erst schon mal stattgefunden hat und jetzt noch mal stattfinden wird. Und zwar, was ist das eigentlich? Das ist eine virtuelle Jobmesse. Das heißt, eine Messe, wo ihr mit Leuten von Firmen reden könnt, eben auch sehen könnt, auf was ihr vielleicht im Bewerbungsgespräch achten müsst und verschiedene Vorträge findet, die super spannend sind. Und die wird natürlich auch von Get in IT regelmäßig jetzt veranstaltet. Das erste Mal war ich auch schon dabei. Das findet ihr übrigens hier. Oh, da ist ja mein Gesicht zu sehen. Was ist denn da los? Und genau, damals habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema React und Vorstellungsgespräche. Ihr könnt euch das Ganze sogar noch als Aufzeichnung hier komplett angucken, weil es eben bei euch so gut angekommen ist und weil ihr euch da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber informieren wollt. Super cool eigentlich. Und ja, nächstes Mal bin ich natürlich auch wieder dabei. Das heißt, ihr dürft euch jetzt schon mal in den Kalender eintragen und euch vielleicht schon registrieren. Und zwar der 18.03. ist das um 13.30 Uhr. Da werde ich einen kleinen Probe-Pen-Test sozusagen halten. Das heißt, es wird tatsächlich in Richtung Hacking was passieren. Huiuiui. Und natürlich basiert das auch auf eurem Feedback. Das heißt, was ihr euch gewünscht habt und was da irgendwie besonders gefragt wurde. Ja, alles in allem. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns dort beziehungsweise nicht erst dort, sondern auch zu den Videos, die davor noch rauskommen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.